... und wenn wir uns über den eigenen Reinhardt haben, das kann gehen lassen. Herr Magath, Glückwunschungs, willkommen von der Sankt Rasky. Herr Magath, wir sind der Erste in der Bundesliga zu Hause, 3 zu 0, alles vorsichtig. Warte noch mal, was wir tun, was wir tun, was wir tun.